Ich bin Angelika, wir sind jetzt hier in der Näherei und ich bin gelernte Näherin. Ja, ich habe die Ausbildung als Polster- und Dekorationsnäherin gemacht. Hier wird der Zuschnitt zusammengenäht. Das Nähen ist eine tolle Handarbeit und es ist schön, wenn man dann nachher das Endprodukt sieht. Das Läder ist ein Naturprodukt und es ist auch nicht immer gleich, es ist unterschiedlich. Manchmal dicker, manchmal dünner. Fühlt sich gut an und lässt sich auch gut nähen. Hier ist es sehr abwechslungsreich. Das ist das Tolle hier, dass wir nicht immer das Gleiche machen, sondern ja wirklich auch Maßanfertigung, kein Massenprodukt. Da wir eine Manufaktur sind, ist es sehr schön, dass wir unsere Möbelstücke individuell anfertigen können. Zum Beispiel auch, wenn man Läder hat, Kontrastnähte machen. Es gibt Doppelnaht, es gibt Kappnaht, dann gibt es Biesen. Wenn man dann die Ziernähte macht, die näht man dann mit einem dickeren Garn. Da kann man auch die Nahtfarbe bestimmen, also beziehungsweise das Garn bestimmen. Und da ist dann besonders wichtig, dass man genau näht, weil wenn der Kontrast, also hell-dunkel ist, dann fällt die Naht besonders auf. Und da muss man wirklich sehr, sehr präzise arbeiten. Aber wenn es dann perfekt gelingt, dann sieht es auch toll aus. Die Naht wirkt sich auf die Optik aus und auf die Qualität des Möbelstücks. Hier ist es halt wirklich individuell und das hat dann auch nicht jeder. Präzision ist besonders wichtig beim Läder, weil wenn da mal ein Stich daneben geht, dann kann man es nicht mehr verwenden. Durch meine Handarbeit wird jedes Möbelstück zum Unikat.